Sie hatte Wort gehalten, war mit den Umpiri in Manfalla eingedrungen. Das Ergebnis blieb abzuwarten, aber auf der anderen Seite dieser Steine wurde für sie gestorben, weil sie die Gabe nähren wollte. Er lachte. War es ein Anzeichen aufkeimenden Wahnsinns, in der Einsamkeit zu lachen? Was er alles getan hatte, um hierher zu kommen. Wozu er sie alles gebracht hatte. Pläne, deren Umsetzung Jahrhunderte in Anspruch genommen hatte, und jetzt hatte sie ihn entmachtet. Sie folgten ihr, nicht ihm. Er war immer noch gefangen. Im Exil bei den Menschen. Was, wenn Damayanti getötet wurde? Oder Scary? Was, wenn dies das Ende war? Kein Kontakt zu irgendjemandem auf der anderen Seite? Keine Raben? Nur tote Tore? Der Gedanke nagte sich in ihn hinein und zwang ihn zu einem Schrei. Noch ein Zeichen von Wahnsinn. Da war er sich sicher. Oder war es eine natürliche Abwehr gegen den Schmerz? Gegen die Qual, den Ausgang eines Krieges, auf den er seit Generationen gewartet hatte, nicht sehen zu können? Am schlimmsten war, dass er nicht wusste, ob es ihn noch kümmerte. Nayel war tot. Hirka hatte das Haus wieder zu einem Sitz im Rat erhoben, ihnen die Ehre zurückgegeben. Das Einzige, was fehlte, war die Gabe. Sein Plan war gewesen, ihnen Ümsland zu geben. Ihr Plan war ein ganz anderer. Sie wollte die Gabe an Draisil zurückgeben. An alle. War er deshalb hier? Hatte er begonnen zu hoffen? Das war ein beunruhigender Gedanke. Er war keiner, der hoffte. Er handelte. Er formte die Umstände, bis das Ergebnis vorteilhaft war. Manchmal so sorgfältig, dass es Generationen dauerte. Und jetzt stand er hier und hoffte? Was für ein schlechter Tag. Graal knöpfte dem Mantel am Hals zu. Es war nasskalt. Er musste zurück. Hier war nichts zu holen. Er drehte dem Steinkreis den Rücken zu und ging zum Helikopter. Warf einen letzten Blick zurück. Der Nebel zog zwischen die Steine, als würde er angesogen. Ein Vakuum. Er ließ die Rabenkiste fallen. Lief zurück zum Kreis. Vielleicht kam sie zu ihm. Vielleicht war Hirka unterwegs. Oder vielleicht ein paar andere. Graal legte die Hand an den Stein. Wartete. Dann spürte er etwas. Etwas. Ein Kribbeln im Blut. Niemand kam. Nichts passierte. Aber das Blut. Sein Herz wuchs in der Brust. Arbeitete schwerer, langsamer. Als hätte es plötzlich mehr Blut zu pumpen.